So liebe Leute, wir sind wieder zurück bei Forager. Irgendwie ist einer unserer Ölfen weg. Keine Ahnung wo der hin ist. Komm mal kurz hier so was hin. Vermut man irgend so ein bescheuertes Skelett hat den wir auch so sehen getötet. Wer auch so sehen, wahrscheinlich eher mit Absicht. Ofen. Ofen. Wir stehen im Weg. Industrie, Ofen. Wir machen Gold. Wir machen Eisen. Königstahl ist fertig, das klingt doch schon mal gut. Wir werden 400 Ziegel machen, auch wenn das übertrieben ist. Wir werden Fischis machen und wir werden unsere Pasteks braten. Ich habe eine Sache aufgehoben für die Folge. Nämlich, wir können hier unseren Rucksack verhaften. 300. Ah, diese ganzen Schleims. Ich weiß nicht ob es daran liegt, weil es dunkel ist oder warum auch immer die hier überall spawnen. Aber ja. Der Röntel. Brauchen wir auch nicht mehr so die Hilfe. Mega viel wie es ausschaut. Damit haben wir Elektronik hergestellt. Oh stimmt, wir haben hier noch Bomben. Ich habe extra Bomben gemacht für die Folge. Dass wir vielleicht noch ein zweites Level abbekommen. Und ich muss sagen, es geht noch operier als die Bomben habe ich festgestellt in meiner anderen Welt. Ich habe da irgendwo mal aus Zufall nämlich Atombomben geschenkt bekommen. Und ja, du bleibst da. 100 Grabsteine. Na dann haben wir jetzt halt auch geschafft. Wir haben ein größeres Inventar. Ist doch wieder mega Leute, oder? So. Schauen wir, dass wir den Typen da oben töten. Ah, der hat überlebt. Eiskalt hat er wahrscheinlich überlebt. Das ist raus hier aus dem Kreis. Vor allem, es bringt halt auch schöne Ressourcen und alles. Ich bin es gleich noch von der Wüste wahrscheinlich verwenden. Iiiiih. Wir haben ja noch drei Stück. Von der Wüste gar nicht mal so viel ist hier. Vielleicht oben ein bisschen was. Ich habe hier vorne ein bisschen Sand geschaufelt. Ja, ich würde sagen oben ist was. Ja, ich würde sagen oben ist was. Und was mir auch aufgefallen ist. Wir kriegen gerade ne Steaks von den Dinger, wenn die Tiere töten. Schon gleich. Wir haben noch nicht genug, aber wir haben genug Kürbis, habe ich gerade eben gesehen. Jetzt bauen wir erstmal hier so ein bisschen Brücken. Dass wir hier zumindest mal besser laufen können langsam. Wenn ihr mich gerade fragt, warum ich es da unten offen lasse. Weil ich da aber noch was vor habe. Oh, wir können nur eine bauen. Oh, wir konnten nur zwei bauen. Nice. Wenn ich jetzt nicht erwarte, dass wir zwei bauen können. Die platzieren wir jetzt noch hier, um schnell ein bisschen was aufzuräumen. Ah, graben. Müssen wir auch graben. Mist, nur Pfeile. Was haben wir hier? Haben wir testen? Oh, wir haben zwei mal ne Pfingst bekommen. Nice, Leute. Nice. Wir haben die Pfingst jetzt halt endlich. Neueres Artefakt haben wir jetzt halt bekommen. Und wir haben glaube ich schon mittlerweile 10 Anker oder so. 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 io Webracht. Spiele. Memphis Ist doch schon mal nice. Peperoni haben wir noch zu wenige, leider. Hier, Kaktusse. Genug. Kristalle. Auch genug. Ich fühle mich hier nur auf die Schriftrolle. Archäologie. Wir haben zwei Pfingst bekommen. Wir haben leider nichts Neues. Da haben wir auch nichts. Da müssen wir mal schauen. Und Schmetterlinge. Die, die und die. Die können wir uns aber noch nicht tun. Schmetterlinge und Fäden. Das bräuchten 15 Gläser. Können wir glaube ich uns sogar machen. Da können wir ja schon mal die nächsten Dinge jetzt mal wieder abchecken. Können wir es nicht machen, weil wir keine Fäden haben. Weil ich die dezent ignoriert habe. So, was habe ich hier rausgenommen? Gar nichts. Ich habe hier was rausgenommen. Nämlich das und das. Wir haben viel Elektronik. Was an sich doch recht geil schon mal ist, finde ich. Wir werden jetzt noch einmal Elektronik machen. Wir produzieren auch gut Stahl, Glas und Ziegel momentan. Stimmt, ich hatte mir die Ziegel ja was vor. Und vielleicht kriegen wir sogar hin, dass wir hier noch unser zweites Level abhäute bekommen. Wir klatschen hier noch eine Bank hin. Jetzt gehen wir auf Land kaufen. Das ist am nächsten dran. Das ist am nächsten dran. Da. Bisschen mehr noch. Ah und hier kriegen wir auch Obsidian raus. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wir brauchen echt das Bett, so vielleicht. Ähm. Geisterkugel. Ah, gut. Und noch eine. Jo, nice Leute. Nice. Wir haben 16 Lavendel. Ich glaube irgendwas konnte ich mit Lavendel machen. Achso, ne, ich brauche Lavendel. Ähm. Der Mandel ist das hier oben. Hi, ganz vergessen. Hier sind auch die ganzen Schmetterlinge. Wo ich fürchte Gläser brauche. Die anderen haben wir ja mittlerweile auch unten. Erstmal reichen wir uns 15. So. Das ist der schöne, zwei Öfen sind jetzt eigentlich fast durchgehend mit Dings beschäftigt. Wenn ich jetzt richtig liege, dann wird der Radius und den nämlich größer. Okay. Jetzt brauchen wir schon mal drei für die nächsten. Okay. Bessert automatisch nahe Feldfrüchte. Okay. Komisches Ding. Magie. Wir haben zwei Skillpunkte. Wir werden in die Magie jetzt killen. Weil ich füge Bosse mehr Schaden zu oder was anderes. Halte beim Trinken von Tränke EP. Brauchst halten um alle. Halte EP beim Einsetzen von Schriftrollen. Nehmen wir mit wegen jetzt. Sehen wir hier schon mal bei. Das da was ich will sogar. Schalteleerstall. Ja, den Markt sollten wir uns vielleicht auch den nächsten mal holen. So was mit ein bisschen mehr Zeug. So, jetzt geht's ab. So hab ich dich einmal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ha. So hab ihr um fünf Schmetterlänge Leute. Das ist doch schon mal nice. Wenn ich richtig liegt war, was wir hier drin hatten. Die Schriftrolle des Druidens. Jetzt. Äh. Da kommen die Leerosen rein. Weil ich keine Ahnung hab, was ich mit denen machen soll. Stopp. Wohin wartet der. Hier ist noch bei den Druiden auch relativ voll. Oh. Perfekt. Wollt ihr was essen? Dann ess mal mal was. Ich glaub das geht für die ganze Insel oder so. Ich könnte es ja auch hier machen, aber meine Startend ist relativ. Ha. Dachte ich mir doch. Das war der Bäume scheiß. Oh. 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 Eins. Zwei. Oh. Oh. Hier haben wir noch das obsidian, na dann. Oh, ein Nachtschatten. Kürbis. Ah. Müssen schauen, hintert leider noch kein vollen Radius ist das Ding hier. Habe ich fünf blaue Schmisslinge? Die blauen Schmiddlinge sind voll. Okay. Das heißt, bräuchte ich die P-Dinger. Aber schaut's euch an, Leute. 3, jetzt brauchen wir zwei P-Dinger noch. Die P-Feen oder was auch immer das ist. Ich weiß nicht, wie man das genau nennt. Hier sind die Krabbelkäfer. Da unten ist ein Skelett und da war ein Slime, der mich getroffen hat. Oh. Oh. ... kommt eine ipv noch kommen spiel doch doch noch eine einzige hühnchen h h kommt schon hier brauche ich auch keine mehr also von unten brauche ich welche leute leute nicht aber kommt so spiel ich habe jetzt können wir uns noch ein land wahrscheinlich warte mal ganz kurz da können wir auch noch nichts machen ich habe nichts auf ein schönes land gehofft nein wir kriegen so ein schrott da irgendwas vor mit ziegel stein weiß ich ich wahrscheinlich aber scheiß da unten aber ok elektronik königstahl königstahl jetzt haben wir heute noch nicht so viel was für die ressourcen kriegt schon mal flotter muss ich eindeutig sagen machen wir mal zehn königstahl du darfst wieder fischen machen damit ich auch schön satt werde hier machen wir noch mal ich denke mal 20 bomben sind gut wir sind schon wieder bei 20 minuten wie schnell die zeit rum geht wird es wahrscheinlich wieder so eine halbe stunde folge werden irgendwann sie ist jetzt die volk auf jeden fall noch die pflanzen abzuschließen das heißt wir brauchen aber noch ein paar so schmetterlinge zwei stück um genau zu sein und noch eine pv kommt schon warum finde ich keine sonne pv böse wir haben wieder zwei bomben was sogar ein doppelter drop diesmal großer schädel großer schädel lavendel haben wir alles nicht wir haben recht cooles volles inventar langsam nein dich will ich nicht ich will so eine ep fee ich will so eine ep fee komm spiel gib mir meine ach du kacke was hast du cooles im angebot abppa Dämonen, Hörner brauchen wir so schnell noch nicht, reicht noch nicht, reicht, ha, jetzt zeige ich euch mal kurz was das Ding hier kann. Das ist ne Bombe, oder, Leute? Die hat aufgeräumt. Ich merke schon, wir sollten vielleicht weniger Geld für Spielzeug ausgeben, da hätten wir wahrscheinlich auch schon mehr Land. Aber ich liebe Spielzeug, tut mir leid. Spielzeug ist muss schon fast zu haben, so ein Spiel wie Forager. Zumindest so Explosionsspiel-Sachen. Solange wir es nicht in Minecraft machen, kann ich es hier denke ich auch ganz gut verwenden. Ja, das ist das Traurige hier an diesem normalen Bomben. Wahrscheinlich haben wir immer noch zu. Yes! Hihi. Plastik. Schmetterlingsfleisch im Braumir. Ah, irgendwie dauert das ewig, merke ich. Ich wollte irgendwas abgeben. Ja, ich wollte die ersten Dinger hiervon abgeben. Das ist noch zwei solche und eine solche. 4, 3, 17. 44. Mist. Wir haben ja auch noch nichts Neues. Auch hier haben wir viele verschiedene Sachen. Steine. Klasse. Schauen wir, dass wir die Steine noch abgeben können, oder Leute? Wir müssen halt immer wieder hier runter schauen, dass wir hier unsere zwei Käferchen von hier noch bekommen. Ach ja. Stop. Das ist mit unserem Schwert. Ah, es wird gerade im Hergestellt. Hups. Das ist einfach scheiße, muss ich echt sagen. Oftmals. Kürbisse haben wir zu wenig. Ei, 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 ei. Steine haben aber genug, vermute ich mal. Jetzt haben wir auch genug Stahl. Immer noch keine Fee. Wir wollen hier den Stahl abgeben und die Steine abgeben. Ja. Hier. Hier findest du noch Peperoni und Kürbisse und ein Goldnes Ei und Milch. 50 Gläser Milch. Das heißt, wir müssen uns mal auf Milchjagd machen. Na ja, dann sag ich bis zur nächsten Folge. Vielleicht find ich noch ein paar Dinger. Vielleicht sind wir wieder schön Level ab bis zur nächsten Folge. Also bis dann. Peace Leute. Ciao. Ich werde auf jeden Fall noch Gläser produzieren. Jetzt dann noch schnell. Oder wartet mal ganz kurz. Das Schwert ist doch gleich fertig. Wir warten bis unser Schwert fertig ist. Bis dann. Bye Leute. Peace. Bye Leute.